Hallo aus meiner Werkstatt, ich zeige dir heute ein Laser, ich habe einen Neuzugang in meiner Werkstatt und wenn dich das interessiert, was das für ein Neuzugang ist, dann bleib dran. So, ein Laser war schon lange ein Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe, ich habe mich nie getraut einen zu kaufen, jetzt habe ich einen da und den zeige ich euch mal ganz kurz. Es geht um den Creality Laser Engraver 10 Watt. Ja, es geht um den Laser Engraver von Creality, die 10 Watt Variante. Also dieser Falcon, um genau zu sein. Das ist ein Laser 4, also ein Klasse 4 Laser und ich zeige dir, warum ich den mir besorgt habe und das ist sicherlich auch interessant für den einen oder anderen, der jetzt gerade vor der Frage steht, welchen Laser soll ich mir denn eigentlich kaufen? So, für mich waren gerade mal 5 Punkte ganz, ganz wichtig, weswegen ich diesen Laser hier im Haus habe. Das ist einmal ein einfacher Aufbau, wirklich ein ganz, ganz einfacher Aufbau und das ist hier der Fall. Aufbau im Sinne von Zusammenbau. Wir haben eine einfache Bedienung, wirklich. Wir haben, also das ist die simpelste Bedienung, die ich mir vorstellen kann. Hier geht es nämlich wirklich nur um einen Knopf. Wir haben eine große Arbeitsfläche, Arbeitsfläche 400 mm mal 415. Ich kann ihn offline betreiben, das heißt also ohne Rechneranschluss, Rechner vollkommen im Büro lassen und ich kann hier mit einer SD-Karte arbeiten und es ist eine 10 Watt Leistung. Das heißt also, es ist ein Diodenlaser mit 10 Watt Leistung, der Holz schneiden kann, beziehungsweise gravieren kann, der Metall gravieren kann, der Leder bearbeiten kann und weitere Materialien. Was ich gesehen habe, ist, dass er auch Fliesen bearbeitet oder Schaumstoff bearbeitet und, und, und. Also all diese Dinge sollen hier in der Werkstatt bearbeitet werden können. Wichtig war für mich ganz einfach, dass ich ein Arbeitsgerät habe und nicht ein Gerät, bei dem ich erst mal anfangen muss zu studieren, wie funktioniert es. Und ich wollte mit einer Software arbeiten, die easy ist. Es gibt zwei Software-Varianten, die hier funktionieren. Das ist einmal eine kostenlose Software, ich glaube, die heißt GBRL und die andere Software ist Lightburn. Und wer Lightburn kennt, beziehungsweise wer weiß, was Lightburn ist, beziehungsweise wie Lightburn arbeitet, der weiß, dass es ein mächtiges Instrument ist, mit dem sehr viel gemacht werden kann, aber auch sehr einfach, indem dann letztendlich man sehr schnell die ersten Schritte auf dem Laser bereits machen kann. Kommen wir aber zum Laser selber. Der Laser hat, wie gesagt, hier einen sehr, sehr einfachen Aufbau. Das sind Aluminium-Elemente, das ist also kein Plastik. Hier ist alles aus Metall und wird eigentlich nur an den Ecken jeweils zusammengeschraubt. Hier seht ihr die Schrauben, diese halten die Füße am Rahmen und dieser Rahmen, also die Quertraverse und die Längstraverse, werden hier mit zwei Schrauben verschraubt und das war's. Und wenn ihr das im Grunde genommen schon mal habt, habt ihr schon mal den Rahmen. So, der eigentliche Fahrschlitten ist schon fertig montiert. Hier müsst ihr gar nichts machen. Das Einzige, was ihr machen müsst, ihr müsst die Lasereinheit, die ihr hier seht, die muss man einsetzen. Aber das ist relativ einfach. Für den Laserkopf sind diese beiden Schrauben hier, die Befestigung. Das heißt also, ich nehme mal den Schutz jetzt hier weg. Das ist das Einzige, was jetzt hier noch großartig montiert wird. Der wird einfach in diesen Schuh hier reingesteckt. Von unten schiebt ihr den hier rein, macht die Schrauben zu, setzt den kleinen Magnetschutz, das ist quasi so der Schutz für den Laser, wieder dran. Und dann habt ihr hier oben die einzigste Kabelverbindung. Und die könnt ihr auch gar nicht falsch stecken. Die steckt man nur hier drauf. So, und das war's. Also ihr seht, ich habe von einfacher Bedienung gesprochen und ich habe von einfachem Zusammenbau gesprochen. Das ist nichts Gewaltiges. Ja, das Einzige, was ihr dann noch machen müsst, ist, diesen Wagen auf diese Längstraverse bringen. Dieser Wagen hat hier unten ein Rad und hier zwei Räder. Und hier in der Längstraverse liegt ein Zahnriemen. Und dieser kleine Zahnriemen, der muss über diese Antriebswelle. Das heißt, ihr hebt den einfach hoch aus dieser Nut heraus und führt ihn hier um diese Zahnwelle herum und wieder unten unterhalb dieses Rades zurück und spannt den dann. Das ist aber auch kein Hexenwerk. Da gibt es genügend Videos von Creality selbst, wie die sowas machen oder wie man so etwas macht. Könnt ihr euch anschauen und angucken. Kommen wir zum Bedienelement. Das Bedienelement ist relativ einfach. Ja, das ist die ganze Einheit, das ist die ganze Steuereinheit des Lasers. Wir haben hier einen Schalter zum An- und Ausmachen und hier den Steuerungsknopf, diese Ein-Knopf-Bedienung, von der ich gesprochen habe. Auf der anderen Seite sehen wir dann eben den Anschluss des Netzteils. Dann haben wir hier einen USB-C-Anschluss und hier einen SD-Karten-Slot. Und diese kleine SD-Karte, die hier dabei ist, die ihr im Lieferumfang habt, die passt hier wunderbar rein. Also ihr seht, bis hierher ist es jetzt keine Raketenwissenschaft. Das ist relativ einfach in der Bedienung, klar und deutlich, was was zu bedeuten hat. Und ja, jetzt zeige ich euch die Einstellung des Lasers. Die Einstellung des Lasers ist sehr einfach. Ihr schiebt den Laser erstmal über euer Material und dann entscheidet ihr euch, was ihr machen wollt. Und wir wollen jetzt mal, ich will euch jetzt mal einen Schnitt zeigen, also wir wollen jetzt mal dieses Blättchen schneiden. Und deswegen heißt es hier in der ersten Stufe, Engrave Cutting Thickness 1 bis 3 Millimeter. Wir haben hier 2 Millimeter liegen, also passt hier rein. Das heißt, diese Stufe ist für uns jetzt die interessante. Das heißt, man legt das jetzt hier unter, löst die Schrauben da hinten, lässt den Laser hier auf diese Stufe fallen und zwar mit diesem Schutz, verschließt die Schrauben wieder und nimmt das Blättchen drunter hervor und das war es auch schon. So, ich habe euch ja am Anfang diese SD-Karte gezeigt. Das ist eine mitgelieferte SD-Karte von Creality und auf dieser SD-Karte sind mehrere Dinge, mehrere Dokumente auch drauf. Die gucken wir uns nachher mal an, aber jetzt wollen wir mal ganz kurz was schneiden, dass ihr mal seht, wie das Ganze funktioniert. Ich habe euch auch eingangs erwähnt, dass es offline und online funktioniert. Ich habe jetzt hier keinen Rechner dran, sondern ich habe nur diese SD-Karte. Bei der SD-Karte ist es so, ihr schiebt diese SD-Karte hier rein, also lasst den Laser ausgeschaltet, schiebt die SD-Karte hier rein, klickt die, also ihr müsst einfach ganz kurz drücken, damit sie einrastet und dann schaltet ihr den Laser an. Der piept jetzt dreimal und steht im Standby. Standby erkennt ihr daran, dass dieses Licht hier einfach pulsiert. So, und wenn ihr jetzt den Knopf drückt, fährt der Laser in die Ausgangsposition und zeigt uns dann in einem Rahmen, wo er lasern würde. Und jetzt könnt ihr das Werkstück danach ausrichten. Und wenn ihr den Knopf jetzt nochmal drückt, dann fängt er an mit Lasern. Und wenn ihr den Knopf dorttern siehst, dann etwas von dem Knopf drückt. Und wenn ihr und dancing seid. die so jetzt gucken wir uns die datei mal an naja das ist schon mal der rahmen ja dass ihr den mal seht und so sieht dann das eigentliche motiv aus der rest bleibt liegen so das ist das motiv was wir jetzt ausgeschnitten haben aus zwei millimeter holz ja alles sehr filigran und ihr seht auch hier am kopf da unten das ist alles sehr filigran ausgeschnitten also er arbeitet sehr genau und ja also das kann man durchaus anschauen hier noch mal ein weiteres schnittergebnis mein logo aus einer 4 mm multiplex platte hat wunderbar funktioniert die teile hier intern in den buchstaben hier die habe ich noch irgendwo liegen die müsste ich gucken wo ich die habe so und jetzt zeige ich euch wie wir noch was gravieren dazu habe ich wieder was vorbereitet mal ein so das ist eine gravur noch da seht ihr und die kann sich absolut sehen lassen und wenn ihr die gravur hinterher schneidet sowie das teilchen jetzt hier zeige ich euch mal ganz kurz dann ist das natürlich mit light burn also mit der software ohne weiteres möglich und das ist natürlich ein nettes gimmick auf einem möbel auf einer vorrichtung maschine sonst wo also es könnte dran machen wo ihr möchtet und es ist so ähnlich wie ein brennstempel ein weiteres beispiel der anwendung ist zum beispiel ihr habt ein edelstahl werkzeug wie ich jetzt zum beispiel diesen winkel und den wollte er personalisieren also das heißt dann wollte er so beschriften dass es feuer ist dann ja versuchen wir das mit dem laser so hier das ergebnis ich finde sensationell nächster versuch ist wir gravieren jetzt leder und zwar habe ich hier meine smartwatch und dieses smartwatch hat ein leder armband und das versuchen wir jetzt mal zu gravieren der hersteller sagt ja das funktioniert probieren wir jetzt aus so schaut mal hier das ist also sensationell geworden ich versuche mal das ein bisschen näher heranzukriegen für euch also das ist eine sensationelle gravur und das auf leder so selbst papier könnt ihr hier ausschneiden ja also stellt euch vor ihr habt eine komplizierte form die ihr gerne in papier ausgeschnitten haben wollt wie auch immer um vielleicht ja ein negativ an der wand zu lackieren oder was auch immer dann ich habe ich das jetzt mal hier so symbolisch wie diesen kreisen gezeigt also auch das kann aus papier ausgeschnitten werden so wir haben also fast unbegrenzte möglichkeiten um mit diesem laser gravieren und zu schneiden so wir haben jetzt noch mal eine übersicht der materialien die wir jetzt alles geschnitten haben hier vier millimeter multiplex hier zwei millimeter holz dann haben wir hier graviert und geschnitten also in einem arbeitsgang mehr oder minder oder in zwei darauffolgenden dann haben wir leder hier graviert ja mit meinem schriftzug auch hier ist der schriftzug eingraviert worden in stahl also in edelstahl papier haben wir geschnitten hier symbolisch mal mit den kreisen dargestellt da könnt ihr natürlich alles schneiden wie ihr wollt so ich zeige euch jetzt den inhalt der sd karte noch das bin ich euch noch schuldig von daher kommt einfach mal rum und dann gucken wir mal gemeinsam hier auf den rechner so also das ist unser inhalt der sd karte wir haben hier ein bedienungs eine bedienungsanleitung in englisch wir haben hier die software das ist diese laser grbl das ist diese kostenlose software von der ich gesprochen habe dann auch leitern leitern hier allerdings in englisch und als exe sprich also als windows datei für mac müsste man sich die jetzt aus dem internet laden aber auch das ist kein hexenwerk dann haben wir ein operation video hier geht es also um den ums unboxing oder auspacken und installieren hier wird gezeigt wie der leser aufgebaut wird dann haben wir hier eine datei die man direkt schneiden kann das habe ich euch auch gezeigt diesen adler also die igelkatz das ist dieser adler den wir geschnitten haben der ist als datei hier gleich mit drauf dann haben wir noch mal eine datei das ist ein video in dem graviert wird ja und zwar das sieht aus wie ein kunststoffteil das graviert wird und ganz wichtig sind hier diese einstellparameter für den 10 watt laser und die machen wir mal auf dann zeige ich es euch mal ganz kurz so das ist machen wir mal ein bisschen größer dass wir das besser sehen so also wir haben den cr laser falcon das ist unser modell mit 10 watt mit der tischgröße oder mit der graviergröße oder arbeitsgröße 400 mal 415 unterteilt also processing mode in gravieren und in schneiden und da eben auch in verschiedenen materialien ihr seht auch beim gravieren wir haben also hier ein holz wir haben bambus wir haben kräftiges papier wir haben filz wir haben leder wir haben acryl aluminium stahl und das hier ist sogar das sogar weiße fließe die dann eben schwarz graviert wird oder beziehungsweise die dann schwarz beschriftet wird auch das könnte man mit diesem laser machen also sehr vielfältig beim schneiden geht man jetzt von basswood aus das ist also so lindenholz dann gibt es hier eben auch diese entsprechenden teile die oben stehen außer natürlich jetzt hier die fließe fließe lässt sich nicht schneiden stahl nicht aluminium nicht und acryl auch nicht aber der rest kann man auch schneiden so hier werden entsprechende dicken angegeben und aus diesen dicken heraus wird dann eben die power berechnet sprich also die leistung und die geschwindigkeit mit der laser läuft das sind ja die beiden parametre die man beeinflussen kann und hier die durchgänge anzahl durchgänge ob das mit einem schnitt oder mit mehreren schnitten erfolgen kann ja das ist der inhalt der cd das ist der inhalt der sd karte und ja ja also ihr seht relativ viel information auf der sd karte drauf man lässt euch da nicht alleine man bringt sehr viel information mit dann gibt es natürlich auch diverse videos im netz die man immer wieder anschauen kann wo man immer dinge gezeigt kriegt also ich finde das ist einfach ein gerät bei dem sehr viel information da ist und es auch vor allem leicht zu bedienen ist und das ist einfach für mich das wichtige denn ich brauche sowas als arbeitsgerät und nicht als ja als versuchsobjekt ja stichwort arbeitsgerät was mache ich damit naja ich werde auf jeden fall mal schablonen schneiden zum fräsen wenn man irgendwelche dinge fräst dann braucht man immer wieder schablonen es gibt übrigens ein video bei dem ich so eine schablone mal gefertigt habe allerdings in einer größe die jetzt hier nicht auf den laser passt das video dazu verlinke ich dir hier oben und ja dann gibt es verschiedene themen wie gravieren von metall ihr habt ihr gesehen aluminium stahl lässt sich gravieren das macht sich natürlich teilweise dann auch in möbeln bemerkbar beziehungsweise nicht bemerkbar sondern das macht sich auch in möbeln gut und ja das werde ich wohl tun und eine idee kam mir als ich den laser ausgepackt habe ist das zeige ich euch mal ganz kurz so ihr schaut mal das ist eine schublade aus meinem kappsägen stand da sind einfach werkzeuge eingelegt oder beziehungsweise liegen werkzeuge drin die hätte ich gerne in schaumstoff und ich glaube man kann auch schaumstoff damit schneiden wenn man die parameter entsprechend verändert und das wäre auch so ein anwendungsfall ja dann vielleicht noch ein paar empfehlungen ich habe ja eingangs mal ich glaube ich habe es erwähnt bin mir nicht ganz sicher deswegen mache ich jetzt noch mal erstellt euch so ein probebrettchen ja erstellt euch ein brettchen in dem ihr einfach entweder kreise oder vierecke ausschneidet mit verschiedenen geschwindigkeiten und verschiedenen leistungen und damit habt ihr einfach kriegt ihr ein gefühl dafür wie er arbeitet ob da brandspuren auf der oberfläche sind oder was auch immer da entstehen und ob ihr ganz durchkommt und das macht ihr einfach mit mehreren millimetern und dann kriegt ihr da ganz schnell ein gefühl wie der laser einzustellen ist in light burn light burn stichwort das wäre für mich so die optimale lösung das heißt also einfach light burn als software dazu um diesen laser dann sage ich mal auch online zu steuern ja was noch er es ist ist eine 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 erweiterung die ihr beim hersteller kaufen könnt da geht es um die um das zuführen von luft an den laserbereich um da letztlich dann auch versucht also da wird versucht diese brandspuren die oben entstehen oder diese ein bisschen diese bräunung des holzes zu vermeiden und das funktioniert auch ganz gut ich habe so ein teil da habe es auch ausprobiert und ich muss euch sagen also perfekt dann natürlich ganz wichtig die schutzbrille die liefert der hersteller mit ja dies ist so gestaltet dass sie auch brillenträger wie mir passen also ihr seht es funktioniert also ja auch da könnt ihr auf das letztendlich auf den inhalt zugreifen und bitte ein sicherheitshinweis an der stelle tragt diese brille ich weiß jeder wird sagen wir haben ja unten dran diesen roten schutz und dieser rote schutz soll ja eigentlich schützen ja es ist richtig aber das ist ein zusätzlicher schutz und setzt sie einfach auf dann habe ich euch noch eine empfehlung und zwar es gibt sogenannte unterlagen das ist ein ja wie so ein gewebe wie so ein wabenstruktur sieht aus wie so eine bienen wabe also sechs kant das ist einfach ein metall mit einer entsprechenden metallplatte drunter und die legt da einfach unter ja unter euer werkstück drunter und dann könnt ihr sauber schneiden das kriegt er beim hersteller den link dazu verlinke ich euch alles mal unten drin also alles was ihr jetzt heute gesehen habt verlinke ich euch inklusive diesem laser ja noch eine empfehlung am schluss die dämpfe die da entstehen sind nicht gesundheitsförderlich das wisst ihr und denkt ihr könnt ihr euch sicherlich auch denken insofern wäre die empfehlung irgendwie die dämpfe abzusaugen wie auch immer vielleicht fällt euch da ja was ein ich habe jedenfalls einen kleinen tisch gebaut und ich fahre da im grunde genommen immer wieder raus aus meiner werkstatt laser alles das draußen und fahr den ganzen das ganze tischchen oder den ganzen schrank auf dem es steht wieder rein so mein fazit zu dem laser ist naja wir hatten am anfang über meine fünf punkte gesprochen die wichtig waren und ich glaube ich konnte sie euch zeigen Fazit ist einfach wir haben wenig aufwand wir haben verschiedene materialien die wir schneiden oder beziehungsweise gravieren können wir haben eine kompatibilität zu verschiedenen software produkten aber auch zu dateisystemen wir haben ein sicherheitskonzept dahinter das heißt also wir haben eine sicherheitsbrille wir haben hier die bestimmte diesen 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 schutz am laser selbst dann gibt es zusätzlich produkte wie zum beispiel diesen air assist wenn ihr den laser anhebt das heißt also wenn der aus der schieflage oder in die schieflage kommt dann hört der plötzlich auf also auch das macht er das ist auch so ein sicherheitsfeature ja also er ist einfach benutzerfreundlich aufgebaut und von der qualität würde ich sagen ja macht was her ja also von daher kann ich euch nur raten alle produkte beziehungsweise alles was ich euch jetzt hier so gezeigt habe ist unten verlinkt findet ihr die links dazu ähm ja wenn dir das video gefallen hat daumen nach oben wenn du weitere produkttests sehen willst dann einfach unten in die kommentare schreiben und vor allem abonnieren und die glocke an machen weil dann verpasst du nicht wenn diese produkttests laufen in diesem sinn würde ich sagen bis zum nächsten video macht's gut servus und das ist